Heute sucht mein Freund mein Make-up aus. Schatzi, kommst du? Oh, da ist er ja schon. Also, welche Foundation soll ich verwenden? Die schwarze oder die weiße? Die schwarze. Okay. Und welchen Concealer? Lila oder Gold? Äh, Lila? Oh mein Gott, das ist einfach mein Lieblingsconcealer. Woher wusstest du das? Okay, Schatzi, jetzt kommt was sehr Wichtiges, und zwar Lidschatten. Soll ich die Palette nehmen? Oder doch die? Sind die nicht beide komplett gleich? Ähm, Schatz, nein. Such einfach eine aus. Okay, chill mal. Äh, die erste? Was für ein Zufall, die hätte ich auch genommen. Jetzt brauche ich nur noch einen Lippenstift. Soll ich diesen orangenen oder diesen roten verwenden? Den, der aussieht wie ein Lolli. Du kleiner Schlingel. Und Schatzi, wie findest du mein Make-up? Wunderschön, Baby. Wart mal kurz. Warum bist du auch geschminkt? Haha.